Herzlich Willkommen, liebe Gäste und liebe Mitglieder von Denkmal an Berlin hier in unserer Geschäftsstelle in Berlin in der Kranzstraße 106. Wir haben heute eine Premiere, die im Moment nicht so ganz funktioniert, denn der Livestream für zu Hause ist abgebrochen und wir müssen das erstmal ein bisschen üben scheinbar. Aber so ist das mit den Premieren manchmal klappt es eben nicht. Diese Live-Übertragung, die wir vorhatten mit dem Vortrag zu den Berlinern-Schmuckplätzen von Herrn von Krosik, werden wir dann aber, wir filmen ihn gleichzeitig und dann stellen wir das auf YouTube und alle, die zu Hause jetzt enttäuscht sitzen, die können ihn dann doch wieder sehen. Also wir bitten etwas um Nachsicht, dass das beim ersten Mal nicht so ganz rund läuft. Aber damit machen wir ja einen Schritt in das digitale Zeitalter, einen weiteren Schritt in das digitale Zeitalter und haben damit eine größere Reichweite für unsere Denkmalschutz-Ideen, für unser Denkmalschutz-Arbeitement und ich glaube, es lohnt sich, dieses technische Know-how anzuwenden. Vielen Dank dafür, eben auch dann an die Kulturstiftung der Länder und an die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Wir hatten im November einen Antrag gestellt, für diese Digitalisierung uns zu fördern und das ist uns auch bewilligt worden. Und einen Dank natürlich auch an Carsten Nowak, unseren IT-Beauftragten, der uns hierbei geholfen und geschult hat. Wir müssen ihn offensichtlich zur Nachhilfe noch holen. Das Thema des Abends, Schmuckplätze in Berlin, wer könnte dieses Thema besser darstellen als Dr. Klaus-Henning von Krosik, der seit 1978 die Gartendenkmalpflege in Berlin aufgebaut hat und nicht nur die Schmuckplätze in Berlin oder die Parks hier wieder zur Geltung gebracht hat, sondern eigentlich auch über Berlin hinaus in der Bundesrepublik und darüber hinaus in Europa tätig war und als Begründer der Gartendenkmalpflege in der Bundesrepublik gilt. Und nach seiner Pensionierung hat er nicht etwa damit aufgehört und privatisiert, sondern macht immer noch das Mentoring für drei Weltkulturerbestätten. Und darüber sind wir natürlich sehr dankbar, dass diese Koryphäe Vorsitzender unseres Kuratoriums ist und Impulse, Angebote, Exkursionen oder wie diesen Vortrag heute hier den Verein zur Verfügung stellt. Also herzlich willkommen auch an Sie, Herr von Krosik und jetzt bitte vor die Kamera. Ja, danke schön, liebe Frau Dr. Ziemer für die freundlichen Begrüßungsworte und ich darf Sie auch alle, die Sie heute Abend sich hier die Mühe gemacht haben, hierher gekommen zu sein in die Kantstraße, darf Sie auch herzlich begrüßen, ich freue mich und ich würde mich auch freuen, wenn ich den einen oder anderen oder die eine oder andere dann auch am Sonnabend bei der Bus-Exkursion dann auch sehen würde und wir sozusagen auch den gesamten Stadtplatz, Schmuckplatzkorb dann gemeinsam uns auch hier erobern. Heute Abend mehr theoretisch und am kommenden Sonnabend dann tatsächlich praktisch vor Ort. Mich freut das sehr und ich kann vielleicht auch das aufnehmen, was Frau Ziemer eben sagte. Mir war eigentlich ziemlich von Anfang an klar, als ich von der Universität in Hannover kam, ich hatte mich auf die damals ausgeschriebene Stelle als Chef des neu gegründeten Fachreparates Gartendenkmalpflege damals noch in der Senatsbauverwaltung beworben und bin von 36, die Zahl habe ich nie vergessen, dann auch ausgewählt worden, warum auch immer, aber ich denke, es war nicht zum Schaden Berlins und habe dann seit 1978, seit dem August 1978 tatsächlich dieses Fachreparat aufgebaut. So etwas gab es damals noch gar nicht in der Bundesrepublik, also das alte Land West-Berlin, darum geht es ja hier, die Stadt Berlin, das alte Land West-Berlin, hat tatsächlich durch die Verabschiedung des Berliner Denkmalschutzgesetzes 1977 die Möglichkeit eingerichtet, eben auch neben der klassischen Bau- und Bodendenkmalpflege und Kunstdenkmalpflege, die Sie ja normalerweise auch kennen, nämlich ein weiteres viertes Fachreparat Gartendenkmalpflege doch einzurichten und ich war eigentlich im Studium und dann auch als Assistent bei Professor Hennebo in Hannover tätig und hatte mich auch schon mit vielen solchen Projekten natürlich befasst, auch in meiner Zeit als Assistent und dann kam Professor Hennebo eines Tages und sagte, Herr von Krosig, Sie müssen sich unbedingt in Berlin bewerben, denken Sie mal, da ist das erste Fachreparat Gartendenkmalpflege ausgeschrieben in Deutschland. Ich wollte das gar nicht, weil ich eigentlich an meiner Promotion saß, wie das so ist eben. Nein, sagt er, das geht überhaupt nicht, das ordne ich jetzt mehr oder weniger an, Sie sind der Beste und Sie müssen sich da bewerben. Naja, ich habe es dann auch getan und habe das auch nie bereut. Berlin ist eine so wunderbare Stadt, eine so auch im gartenkünstlerischen Bereich, eine so hinreißende Stadt und deswegen habe ich das auch gerne, diese Aufgabe angenommen und habe dann natürlich sofort, wenn ich das hier noch eben einleitend sagen darf, sofort mit der Erfassung der Berliner Gartendenkmale begonnen, der Inventarisation natürlich, weil wir wollten ja erstmal das Schutzgut erfassen, worum geht es da eigentlich bei den Berliner Gartendenkmalen, denn das gab es ja überhaupt nicht und dann natürlich als Folge daraus auch mit der Unterschutzstellung dann und drittens natürlich mit der Pflege, Restaurierung und Instandsetzung. Also es war ein breiter Aufgabenkorb und ich hatte damals vier Mitarbeiter, das ist dann immer gewachsen, auch im Laufe, in der besten Zeit waren wir etwa 14 nach der Wende, weil ja dann auch die Denkmalpflege in Ost-Berlin aufgelöst wurde und wir die Mitarbeiter mehr oder weniger auch im Landesdenkmalamt dann übernommen haben und ich dann auch drei oder vier Kollegen und Kolleginnen aus dem Ost-Berliner Institut für Denkmalpflege dann auch übernehmen konnte. Kurzum und das, was ich dann auch relativ schnell festgestellt habe, dass der Viktoria-Luise-Platz, und damit kommen wir schon sozusagen zu dem abendlichen Thema, dass der damals 1978, als ich nach Berlin kam, das wurde mir zugetragen, hören Sie mal, Herr von Krosicke, das wäre doch vielleicht auch ein interessantes Objekt schon mal für Sie und so, dass dieser Viktoria-Luise-Platz im Bezirk Schöneberg, den ich nachher ja auch noch vorstellen werde, dass der vollkommen umgestaltet werden sollte. Das war, wie leider auch manche Plätze, unter anderem der Savigny-Platz, mit dem wir uns ja nachher auch noch befassen, das waren inzwischen alles Bolz-Plätze. Also da musste man schon sehr genau gucken, wo da überhaupt die gartenkünstlerische Qualität sozusagen noch lebte und eigentlich nach einer Wiederherstellung rief. Und ich sehe mich noch wie heute mit der damaligen Grünflächen- oder Gartenamtsleiterin, wie man damals noch sagte, Frau Silberbach, eine energische Person in Schöneberg, mit der ich dann das Gespräch suchte. Und ich sagte, Herr von Krosicke, was wollen Sie, hier einen Platz als Denkmal wiederherstellen? Wieso das denn? Das wird ja immer schöner, was die Denkmalpflege sich einbildet. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich sage, ach, Frau Silberbach, wir wollen uns da mal dran ranrobben an dieses Thema. Und schließlich, glaube ich, habe ich sie dann doch auch damals schon überzeugt. Und sie meinte dann auch, naja, wenn Sie das wollen, dann machen wir das so. Und ich denke, es war auch gut so, dass wir nicht den Viktoria-Luise-Platz sozusagen unter Beibehaltung allerdings der baulichen Ausstattungsstücke, aber ansonsten sollte eine völlig moderne Formgebung da passieren. Und das fand ich schon damals so fürchterlich, mit lila angestrichenen Stühlen und Bänken und die ganze Struktur sollte nicht wiederhergestellt werden, wie man das damals so machte. Und schließlich hat Frau Silberbach dann klein beigegeben und dann konnte ich tatsächlich 1979, 80 nicht nur diesen Platz als einen der ersten Berliner, weil wirklich ja noch sehr viel Substanz da war unter Denkmalschutzstellen, sondern ihn auch dann minutiös eigentlich wiederherstellen. Ja, das war so der Beginn und das hat mir damals auch schon viel Freude gemacht und es folgten ja dann auch rasch andere Plätze, zum Beispiel der Savigny-Platz in Charlottenburg, nach der Wende der Pariser Platz 1992. Und so ging das immer weiter und ich habe eigentlich dann doch sehr schnell begriffen, und ich kannte ja auch Lenné schon aus meinem Studium natürlich. Es war ja ein ganz wichtiger Mann im 19. Jahrhundert und ich wusste sehr genau, dass Peter-Joseph Lenné eigentlich der Begründer der Schmuckplatz-Idee ist. Und sein erster Schmuckplatz, das will ich hier auch noch sagen, ehe wir dann tatsächlich uns mit den Bildern beschäftigen, war ja der Leipziger Platz, das Oktogon. Lenné war ein sehr tüchtiger Mann und früher gab es noch Könige, die dann, wenn sie das sahen und begriffen, ihre guten Beamten, dann wurden die auch auf Reisen geschickt. Und Lenné kriegte vom König eine Reise geschenkt, zwei Jahre England. 1822 eine Dienstreise nach England und wir wissen aus seinen Erinnerungen, dass er ganz begeistert war in London über die begrünten Squares. Und er dachte, das können wir doch auch, warum haben wir das in Berlin nicht? Das wäre doch auch eine schöne Idee. Und er hat dann das als einen seiner sozusagen Mitbringsel aus der Englandreise, hat er dann dem König vorgeschlagen, ohne den damals nichts lief. Majestät, wir können doch den Leipziger Platz, der bis dahin Marktplatz war, und zum Abreiten fürs Militär. Also von Schmuckplatz war da gar nichts. Können wir daraus nicht einen schönen Schmuckplatz machen? Und der König hat sich da auch überzeugen lassen. Und das war dann eine Sternstunde 1824, der Leipziger Platz, der erste Berliner Schmuckplatz, der nicht mehr dem Abreiten und dem Marktgeschehen diente. Und das war, denke ich, schon eine kleine Sensation. Und dann folgte ja Schritt auf Schritt in jedem Jahr fast ein Platz, der dann begrünt wurde und damit auch dem Marktgeschehen entzogen wurde. Und das ist ja eine Entwicklung, die dann auch sich weit bis in das Ende des 19. Jahrhunderts erstreckt hat. Und einer der späten Plätze, auf den ich nachher auch noch kurz eingehen werde, der Gendarmenmarkt, den auch schon Lenné eigentlich begrünen wollte, er hat es aber nicht geschafft. Und einer seiner wichtigen Schüler, Hermann Mächtig, der dritte Stadtgartendirektor, und der zweite, Gustav Mayer, der berühmte Lenné-Schüler, folgte ja dann oder gründete das erste Grünflächenamt in Berlin 1870. Und nach dem Tod von Gustav Mayer kam Hermann Mächtig. Und dem gelang es dann nämlich zum Beispiel den Gendarmenmarkt in den 80er Jahren, nachdem auch das Marktgeschehen auf dem Gendarmenmarkt endlich ein Ende fand, weil nämlich Markthallen in Berlin gebaut wurden. Und da hat man das Marktgeschehen natürlich verlagert. Und nun konnte er endlich 1896, 95, 96 auch den Gendarmenmarkt begrünen. Also das ist eine Folge von Plätzen, wir sehen das nachher noch, die im Grunde möglich wurden, weil das Marktgeschehen und auch das Militär diese Plätze nicht mehr zum Abreiten nutzen konnte. So, und jetzt fangen wir mal an, das erste bitte. Ja, ich will hier mal zeigen, diese drei Plätze, die ja nun ganz berühmt geworden sind, das Rondel, der heutige Mehringplatz, der Leipziger Platz und auch der Pariser Platz. Sie sehen, 1772 von Begrünung oder Schmuckplatzcharakter war da, wie gesagt, noch überhaupt nichts. Das Einzige, was man, man kann es hier wohl auch schon sehen, ja, die ersten Bäume in der Lindenstraße, aber nicht die Plätze. Das waren wirklich Plätze für den Markt und eben auch fürs Militär zum Reiten. Und zwar entstanden in der Zeit Friedrich Wilhelms des Ersten, des Soldatenkönigs, der ja die Stadterweiterung betrieben hat in Richtung Tiergarten. Und der hat nach französischem, nach Pariser Vorbild, diese Plätze anlegen lassen. Also will das eben zeigen, als Einstieg, so muss man sich die ersten Schmuckplätze in Berlins im 18. Jahrhundert vorstellen, da waren keine Bäume, keine Sträucher und auch keine Schmuckpflanzungen. Und Sie sehen, hier kommen die Linden auf das Carré, auf das Brandenburger Tor zu. Das ist noch 1748 der Vorgängerbau von dem Langhanschen wunderbaren Brandenburger Tor. Und es war in der Tat eine, das war damals noch eine ziemlich Wüstefläche. Und die wurde das erste Mal gepflastert, 1791, also kurz nach Eröffnung des Brandenburger Tores, nach den Plänen von Langhans. Und Langhans hatte ja auch die Aufgabe, er war sozusagen auch Hauptabteilungsleiter, würde man heute sagen, bei Bauwohnen, für die Straßen und die Plätze zuständig. Also er hat zum Beispiel die Königstraße, die ja von Zehlendorf nach Potsdam geht, die hat er 1792 dann auch gepflastert, fast zeitgleich hier mit dem Carré. Und er hat dann auch die Straße, die Charlottenburger Chaussee in Richtung Charlottenburg, hat er dann auch befestigt. Aber wichtig für uns ist es eine, die erste komplette Pflasterung hat tatsächlich zwei Jahre nach Fertigstellung des Brandenburger Tores stattgefunden. Und so etwa hat damals das Brandenburger Tor ausgesehen. Das war das Vorgängertor vor dem Langhanschen. Das war ja wichtig, ganz Berlin hatte ja eine Stadtmauer und an den Toren wurde natürlich die Akzise, die Steuern erhoben und die wurden abends geschlossen und morgens wieder geöffnet. Und hier fuhren die Kutschen in Richtung Westen dann in den Tiergarten oder nach Charlottenburg beziehungsweise nach Potsdam. Ja, und das Rondel, erstaunlicherweise, hier sieht man 1792, ein bisschen weiter ist man dann jetzt doch schon, die Lindenstraße tatsächlich mit Linden bestanden und man hat den späteren Mehringplatz, hier noch das Rondel genannt, wenigstens mit Lindenbäumen gerahmt. Also das fand man dann doch schon schöner als nun ein völlig nackter und steinerner Platz. Bitte weiter. Und so etwa muss man sich das vorstellen, der Mehringplatz, der eben auch zum Abreiten genutzt wurde, auch als Marktplatz. Und hier die Lindenstraße, da stehen tatsächlich schon Linden, die namensgebenden Linden der Lindenstraße. Ja, und dann kam Peter-Joseph Lenné 1816 nach Berlin vom König Friedrich Wilhelm III. gerufen. Er lebte damals gerade aus Laxenburg in Wien kommend bei seinen Eltern in Koblenz, eine Huguenottenfamilie, Lenné, und war da auch mit Plänen beschäftigt. Und es wurde ein, der preußische, heute würde man sagen, Generalforstmeister, Harting, wurde auf ihn bei einer Inspektionsreise der preußischen Forsten im Rheinland, wurde er auf Lenné aufmerksam und hatte natürlich auch Informationen eingeholt und dachte, das ist der Mann, den ich dem König Friedrich Wilhelm III. empfehle, um in Potsdam, darum ging es erst mal, die in den napoleonischen Kriegen völlig verwahrlosten königlichen Parks wieder in Ordnung zu bringen. 1816 kam er nach Berlin und der damalige Staatskanzler Karl August Fürst von Hardenberg wurde gleich auf ihn aufmerksam und hat ihn sofort abgeworben. Und noch im Jahr der Ankunft, 1816, sagte Herr Lenné, Sie kommen nach Glienicke, ich möchte da einen schönen Park haben und ich weiß, Sie können das. Und das hat er dann gemacht und der erste Entwurf, der ist tatsächlich bis heute überliefert und nach diesem Entwurf habe ich ja dann in den 80er Jahren den wunderbaren Pleasure Ground. Es ist kein Pleasure Ground, wie ein Bundespräsident mal bei einer Besichtigung sagte, ein Pleasure Ground nach englischem Vorbild. Ja, also ein Schlossgarten mit Blumenbeeten, schönen Wasserkünsten, Skulpturen, aber trotzdem hat Lenné schon 1816 auch begonnen, im Neuen Garten zu arbeiten, in Sanssouci und, und, und. Und es begann im Jahr 1866 eine 50-jährige erfolgreiche Tätigkeit, die ihr Ende erst fand 1866, als Lenné dann leider gestorben ist. Ja, und ich zeige jetzt mal das Rondel. Sie sehen 1863, der spätere Belle Allianz, der heutige Mehringplatz, von Lenné eben hier begrünt. Das muss man sich als Rasenfläche vorstellen. Und diese Tupfer hier, die dunklen, das sind alle Schmucksträucher, zum Beispiel Strauchkastanien oder auch Rosen oder ähnliche Beete, aber immer niedrig bleibend, nur die Bäume, wie Sie ja unschwer erkennen können, nur an der Kante, an den Gebäuden sozusagen, sich entwickelnd und den Platz rahmend, aber der Platz an sich ist raumkünstlerisch freigehalten. Und das ist das, was ich meinen Studenten auch immer im zweiten Semester beibringe. Ich sage, wenn ihr alles vergesst, aber nicht den Satz, Gartenkunst ist Raumkunst. Und das hat Lenné verstanden. Er wäre nie auf die Idee gekommen, in die Mitte dieser Plätze nun Bäume zu pflanzen. Ja, so wie wir das heute immer wieder wild machen, völlig unsinnig, denn es ist ja doch ein Einatmen und ein Ausatmen. Das ist wirklich ein Prinzip aus dem Landschaftsgarten. Man nähert sich dem Platz, dann atmet man aus und dann geht man wieder weiter, womöglich auf einen weiteren Platz. Und atmet wieder aus. Also immer von Raum zu Raum geht man. Gartenkunst ist Raumkunst. Bitte. Ja, und so hat der Belle Allianz, Sie sehen, das sind die Schmucksträucher, sind jetzt hier 1843 auch schon ein bisschen ausgewachsen, aber es sind alles niedrige Pflanzungen, die auch ein Überblicken dieses Raumkunstwerkes bitte ermöglichen. Ja, und das Oktogon war eben auch bis 1824 ein Marktplatz, der mindestens zweimal die Woche genutzt wurde, bitte weiter. Und dann hat er hier eben sehr schöne Entwürfe gemacht. Sie sehen hier schon 1823, also auch Entwürfe von Schinkel, der hat ja die beiden Torhäuser hier entworfen. Und da beginnt das schon mit der Begrünung, natürlich im Zentrum die Leipziger Straße und dann eben auch wieder niedrig bleibende Gehölze, Schmuckgehölze auf den niedrig gehaltenen Rasenflächen. Und dann später nochmal weitere Entwürfe. Sie sehen hier auch mit so Laternenträgern, die dann hier in den Ecken standen. Und hier ganz typisch für diese Zeit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die halbrunden, ausgebusten Plätze, in denen natürlich auch halbrunde Bänke standen, die wir mit dem Fachausdruck Exedren nennen oder römische Bänke. Ein Hauptvertreter war ja Karl Friedrich Schinkel in ganz Potsdam, Saint-Souci. Sie finden wir diese römischen Bänke noch und die waren hier sogar eben, wie gesagt, in dem Stadtbild. Da konnte man sich auch mal hinsetzen, sich unterhalten und vor allen Dingen, was ja spannend war, denn Farbfernsehen gab es noch nicht, man konnte die Verkehrszirkulation beobachten. Und das war natürlich sehr spannend, wenn man Glück hatte, fuhr dann auch mal eine Prinzessin mit einer Kalesche vorbei und so. Das war doch alles sehr aufregend. Heute regen wir uns auf, wenn wir einen Krimi sehen. Aber das war damals kein Thema. Und das Vorbild der Squares aus London, hier sieht man das bei dem Leipziger Platz, Bäume nur an der Kante, Zaun, die Squares in London haben ja heute noch ihre Guss- oder Schmiedeeisernen Zäune. Und wer London kennt, weiß, dass nur die Anwohner und die Königin von England einen Schlüssel hat. Wir als Besucher können auf die Squares in der Regel gar nicht rein, die sind abgeschlossen. Und so etwas hatte er sich hier auch am Leipziger Platz gedacht und auch ausgeführt. Aber Lenné hat natürlich nicht mit den renitenten Berlinern gerechnet. Die ließen sich das gar nicht lange bieten und schon nach fünf Jahren waren die immer wieder zerstört. Und dann wurde der Zaun dann weggenommen. Man konnte das gar nicht halten. Aber hier gibt es schon die schönen, wunderbaren Schweinebäuche, wie man sagt, hier in Charlottenburg, die wunderbaren Granitplatten aus Striegau in Schlesien. Das fängt gerade in den 40er Jahren an, diese hinreißenden. Und ich habe auch ein paar ganz wenige wertvolle Gehwege unter Denkmalschutz gestellt, um dieses tolle Material auch zu erhalten. Ja, und hier kann man jetzt auch sehen, da sitzt man tatsächlich auf dem Leipziger Platz und beobachtet die Verkehrszirkulation und konnte sich da auch mal ausruhen. Eine Situation, die heute natürlich gar nicht mehr vorstellbar ist und auch denkmalpflegerisch gar nicht wiederholbar ist. Und das ist so einer der letzten Entwürfe. Lenné hat dann ja auch, das weiß man, in seiner zweiten Lebenshälfte, so ab den 1840er Jahren, dann auch sehr viel formal wiedergearbeitet. Nicht nur landschaftlich, sondern auch formal. Sie sehen das hier auch. Auf einmal kommen so geometrische Formen, Schmuckbeete. Das hat dann seine Arbeit auch sehr bestimmt, auch in Potsdam, Sanssouci und so. Und hier sieht man das ganz gut. Ja, nochmal ein Blick auf den Leipziger Platz mit den wunderbaren Torhäusern von Schinkel. Die hätte man eigentlich auch wieder herstellen müssen. Aber Berlin hat sich für sowas nicht interessiert. Mich gab es damals noch nicht. Vielleicht hätte ich das dann doch noch durchgesetzt. Denn sowas hätte man auch rekonstruieren können. Das war nicht barock, also auch gar nicht kompliziert. Es waren klassizistische Gebäude, die ganz dominant waren. Auch ein schinkelisches Erbe. Was wäre da schön, wenn die heute noch da stehen würden? Bitte. Ja, und so hat der Platz dann ausgesehen, nach dem Krieg, 1947, bitte weiter. Und dann wurde hier sogar, man glaubt es gar nicht, sowas kann man auch auf dem Pariser Platz sehen, wurde hier sogar Gemüse angebaut in diesen furchtbaren Jahren. Und Sie sehen an sich, dieser Platz, dem Lennäischen Grundriss, ist immer noch da. Und es war sogar mit den ausgebusten Sitzplätzen. Bitte weiter. Ja, und es lebte dann auch selbst noch bis in die Nachkriegsjahrzehnte. Bitte weiter. Aber so ist das eben nun heute. Das hat natürlich nicht mehr so ganz viel. Das Einzige, was ich bei Herrn Stimmern dann durchsetzen konnte, aber das war auch ihm völlig klar nach der Wende, dass wir wenigstens das Oktogon erhalten, dass das noch ablesbar ist als ein Erbe aus dem frühen, aus dem 18. Jahrhundert ja sogar noch. Bitte weiter. Ja, und jetzt gehen wir mal hier in die Wilhelmstraße, zum Wilhelmplatz, das ist das Stadtpalais des Prinzen Karl von Preußen, der ja seine Sommerresidenz in Kleinglinicke hatte, wie Sie wissen. Und Karl Friedrich Schinkel hat ja dieses alte Johanniter-Ordenspalais, das es hier schon seit dem frühen 18. Jahrhundert gab. Der Herrenmeister des Johanniter-Ordens, der residierte in diesem Palais, wenn er sich in Berlin aufhielt. Bitte weiter. Und Prinz Karl konnte eben dann auch auf diesen Wilhelmplatz gucken, der heute, Sie fragen sicherlich zurecht, ja, aber Herr von Kursig, was erzählen Sie denn? Wilhelmplatz, den gibt es doch gar nicht. Der ist eben leider in der DDR-Zeit völlig überbaut worden und heute ist da, glaube ich, die tschechische Botschaft und ein Edeka-Laden, wo Mutti einkauft, glaube ich. Wenn Sie wissen, was ich meine. So, auch hier, Gartenkunst ist Raumkunst, Sie wollen ja den Satz nicht vergessen. Hier die Bäume nur an der Kante, niedrige, gut gepflegte Rasenflächen und nach dem Londoner Vorbild hier auch einen Zaun mit auch hier dann auch mal Schmuckpflanzungen. So hat der Wilhelmplatz ausgesehen. Auch Karl Friedrich Schinkel hat hier Entwürfe gemacht. Das war wirklich auch ein Konkurrenzfeldzug von Lenné und Schinkel. Ja, und hier eine Zeichnung sogar von Schinkel, der auch sich landschaftsgärtnerisch manchmal betätigt hat und ganz wichtig, das wird uns, glaube ich, nachher noch interessieren, diese schwarzen Punkte. Das sind die Generäle, sechs Generäle, die Friedrich den Großen in den Siebenjährigen Krieg begleitet haben und die hochverdienstvoll waren, wie zum Beispiel ein Graf Schwerin oder ein Herr von Winterfeld und denen hat, da hat er dann die damals schon, die französisch geprägten Bildhauer Berlins im Barock, hat er beauftragt von diesen generellen Skulpturen zu schlagen und die wurden dann am Wilhelmplatz aufgestellt. Auch der Wilhelmplatz war vorher ein Abreitplatz. Und das, was Sie hier sehen, sind alles keine Bäume, sondern das sind niedrige Ziersträucher und hier sogar Blumenbeete, die dann auch immer wieder frisch bepflanzt wurden. Also Prinz Karl hat wirklich auch eine schöne Anlage, fast ein Pleasure-Ground wie in Glienicke vor seiner Haustür gehabt. Muss man sich mal vorstellen. Und wenn ich gekonnt hätte, hätte ich das gerne wiederhergestellt. Ja, und da sehen Sie jetzt hier Seidlitz, die letzten beiden waren der Zieten und der alte Dessauer. Die hat dann schon Schado geschlagen, der König hat die gar nicht mehr gesehen, aber ich glaube, den Seidlitz hat er noch erlebt. Bitte weiter. Ja, und das ist, natürlich ist der Platz dann auch mehrere Male umgestaltet worden. Lenné lebte gar nicht mehr. Das ist so ein Entwurf, wahrscheinlich von Hermann Mächtig, 1880. Aber hier sind die Denkmale eben eingezeichnet. Da kann man das genau sehen, wo standen die. Und im Zentrum eben eine große Schmuckgartenanlage auf dem Wilhelmplatz. Und das ist jetzt mal ein Blick von oben. Bitte weiter. Und ich habe dann lange überlegt, ich kannte ja unser Depot sehr genau. Und nach der Wende, das Depot des Landesdenkmalamtes, und ich kam eines Tages nach Buch, oben in Pankow, um mir mal da auch was anzusehen in den 90er Jahren. Und ich war entsetzt. Zwei dieser wunderbaren Bronze-Generäle lagen da im Gras. Keiner konnte sagen, wieso und warum. Die DDR hat das natürlich gar nicht interessiert. Und ich habe dann veranlasst, dass die wenigstens wieder eingesammelt und geschützt dann in unser Depot nach Friedrichsfelde gekommen sind. Und dann kam eines Tages der nette Herr Gehrmann, der Geschäftsführer der Schado-Gesellschaft, auf mich zu. Er sagte, Mensch, Herr von Krosi, können wir nicht diese wunderbaren Generäle wieder aufstellen? Ich sage, Herr Gehrmann, den Wilhelmplatz gibt es nicht mehr. Also, was habe ich gemacht? In unserer Not macht man da natürlich ein Gutachten. Ich wusste genau, es kommt nur der Zietenplatz als Alternative in Frage. Aber ich musste ja auch meine Senatorin gewinnen. Und dann wurde ich zu ihr gebeten. Und dann sagte sie, Herr von Krosi, sind Sie jetzt ganz verrückt geworden? Ich habe gehört, Sie wollen Generäle aufstellen. Das wollen wir doch wohl nicht. Ich wusste, dass das kam. Und hatte mich schon mit Gehrmann auch dahingehend abgestimmt, dass wir dann die beiden Schado-Figuren in den Vordergrund optisch rückten. Und dann habe ich der Senatorin gesagt, aber Frau Senatorin, Sie werden doch wohl nicht gegen Schado sein. Nein, sagt sie, das bin ich überhaupt nicht. Ich sage, sehen Sie, dann lassen Sie mich bitte arbeiten. So. Und dann haben die diese wunderbare Schado-Gesellschaft mit Herrn Gehrmann, die haben dann Geld gesammelt, bereitgestellt, dass nämlich jede Figur mit den Sockeln, haben doch etwa 200.000 Euro gekostet. Alles wunderbarer Marmor und wahnsinnig teuer. Die Figuren mussten ja auch restauriert werden. Ich habe sie sozusagen rausgegeben. Und dann haben wir hier eine tolle Einweihungs- oder zwei Einweihungsfeiern gefeiert. Und anschließend gab es in der thüringischen Gesandtschaft, die ja hier ist, auch ein sehr anständiges Empfang. Und dann haben wir das gefeiert, dass wir wirklich auf dem Zietenplatz wieder die sechs sozusagen fridrezianischen Generäle, dass die da heute stehen, und auch eine vernünftige Infotafel. Das war mir immer wichtig, dass man auch begreift, wo befinde ich mich hier eigentlich und weswegen stehen hier solche Figuren. Auch eine lange Geschichte. Ursprünglich war es Marmor und Sandstein. Und 1840, 1845 merkte man langsam, dass die schon auch erodierten, Umwelteinflüsse und so. Und dann hat eben unter anderem auch ein Schinkelschüler Kiss, hat dann Bildhauer, hat dann letztendlich dem König vorgeschlagen, wir sollten die lieber reinnehmen, schützen unter Dach und Fach und lieber nach draußen dann hier Bronzeabgüsse stellen. Und deswegen sind das heute Bronzefiguren. Und die alten Originalen stehen ja im Bode-Museum. Wenn man reinkommt in das große Foyer, sieht man, dass dort diese Figuren stehen. Also eine lange auch restauratorische Geschichte. Bitte. Ja, nochmal Lenné, den wunderbaren Chefgärtner auch von Berlin. Bitte weiter. Und wir kommen jetzt zum Luisenstädtischen Kanal, ein Verbindungskanal, der angelegt worden ist 1948 und ist ein Verbindungskanal zwischen der Spree und dem Landwehrkanal. Auf diesem Kanal, den ist seit 1848 im Rahmen von Notstandsarbeiten damals, ist das geschaffen worden, hat man das ganze Baumaterial von den Ziegeleien um Potsdam herum hier herangekarrt per Schiff und die südliche hier Luisenstadt ist im Grunde aus dem Wasser gebaut, muss man sagen. Und hier sehen wir von dem Architekten Soller die zweite katholische Kirche Berlins, die erste, die Hedwigskathedrale, die Friedrich der Große 1746 hat errichten lassen für die katholischen Schlesier, dass die auch in Berlin eine Kathedrale haben. Und dann 100 Jahre später kommt eben hier diese Michaelkirche, genannt nach dem Erzengel Michael, den man oben auf dem Dach sieht. Und in der Achse sozusagen muss man sich den Landwehrkanal dann am Ende vorstellen und die Schiffe fuhren dann rechter Hand wieder zurück in Richtung Oberspring. Ja, hier ist der gesamte Plan und diese Konzeption, nicht nur auf Lenné geht der Landwehrkanal zurück, sondern auch der Luisenstädtische Kanal mit seinen verschiedenen Abschnitten, die man ja sehr gut sieht und auch den einzelnen platzartigen Oranienplatz zum Beispiel und hier das Engelbecken vor der Michaelkirche mit dem Erzengel Michael auf dem Dach. Also das war eine tolle Leistung von Peter-Joseph Lenné. Und dann ist es aber so gekommen, schon zum Ende des 19. Jahrhunderts führten die Besucherklage und sagt, naja, im Sommer, das Wasser war keine große Fließgeschwindigkeit, das tankt dann auch schon mal an warmen Tagen. Also schließlich hat sich das durchgesetzt nach dem Ersten Weltkrieg, dass dann Berlin überlegte, wir schütten den Kanal zu. Ja, eigentlich eine bedauerliche Entscheidung, aber kurzum, Professor Erwin Barth, der uns gleich noch beschäftigt, der ursprüngliche Gartendirektor von Charlottenburg, der dann 1926 Gartendirektor der Gesamtstadt Berlins wurde und der hat dann 1926 tatsächlich diese Kanalbereiche zuschütten lassen, aber nicht vollkommen. Er hat gesagt, die schütten wir nur zur Hälfte zu, auch die Brücken erhalten wir weitgehend und in den Abschnitten von Brücke zu Brücke, da legen wir Grünanlagen an. Und so ist es dann auch gemacht worden, dieser berühmte Erwin Barth, eigentlich der Lenné des 20. Jahrhunderts, hat sich wirklich in diesem bluisenstädtischen Kanal doch verewigt. Das ist noch kurz vor der Zuschüttung, Sie sehen das so ein Bild um 1900, wir gucken in Richtung Landwehrkanal und das ist hier das Engelbecken mit den Lindenpflanzungen von Lenné, bitte weiter, und hier sehen Sie jetzt die Zuschüttung. Heute bedauern das auch manche Städte, die in den 70er, 80er Jahren solche Kanäle, die im Grunde einen Schatz in einer Stadt sind, zuschütten lassen, weil einem das dann bequemer war und so ist das dann, bitte weiter. Ja, und dann kommt es tatsächlich unter Erwin Barth zu einer Gestaltung, diese Abschnittsweise. Sie sehen den Blick auf die Michaelkirche, hier das ist das Rosenbecken, das sind alles Rangrosen und Professor Schott, ein in Berlin sehr bekannter und geschätzter Jugendstil-Bildhauer, der entwickelt hier den indischen Brunnen, der nun ein Charakteristikum auch dieses schönen Rosenbeckens wird. Bitte weiter. Und das sind hier jetzt zum Beispiel diese Ranggitter mit allen möglichen und auch sehr schönen Pflanzungen und Wasser hat nur noch im Engelbecken überdauert sozusagen. Und Sie sehen 16 wunderbare Fontänen, die auch hier ein glanzvolles grünes Erlebnis ermöglichten. Das ist auch kurz nach Erwin Barth. Bitte weiter. Und so habe ich es dann kennengelernt nach der Wende 1990, 91. Man glaubt es gar nicht, der Todesstreifen. Alle linnischen Linden sind weg, nur die Mauer steht und die Thomaskirche im Hintergrund. Bitte weiter. Ja, ein Wachturm. Und hier auf dem Engelbecken mehr oder weniger, das war ein wunderbarer Platz, da konnte man Autos reparieren. Also das war ein Tummelplatz und eine irre Nutzung. Und wir haben uns dann eben verbündet auch mit dieser Gemeinde von der Thomaskirche und haben dann auch über die Gemeindearbeit erst mal dafür geworben, das wieder herzustellen. Und ich machte dann auch Druck, weil ich sagte, wenn wir uns nicht beeilen, Sie sehen ja hier 1990, ich hatte nämlich schon gehört, dass die Verkehrsverwaltung, die wollte hier eine kleine Autobahn von der Oberspray in die Stadt rein, ich denke, wartet ab. Und ich habe gesagt, wir müssen hier wirklich jetzt handeln. Todesstreifen, weiter. Ja, und dann habe ich einfach auch mich mit der Frau Dubrau verbündet, der Stadträtin hier, Baustadträtin, und habe gesagt, Frau Dubrau, wir müssen jetzt sofort hier handeln, sonst nimmt man uns diesen Grünzug hier aus der Hand. Und ich sage, ich bestelle 220 Linden bei der Baumschule Bruns in Oldenburg und die pflanzen wir. Und das haben wir gemacht. Und wo in Berlin Bäume stehen, das sind ja heilige Kühe, da vergreift man sich nicht mehr dran. Und Sie sehen, jetzt fangen erste Grabungen an. Wir sprechen ja von gartenarchäologischen Grabungen. Meine Bäume stehen, bitte. Und was haben wir ausgegraben? Im Grunde war das komplette leneische Wasserbecken noch da und auch die Wege von Erwin Barth. Ja, das war einfach nur zugeschüttet. Die haben die Bäume gefällt, die Bäume in die Gräben, Erde drauf und das war's. Und Todesstreifen. Ja, und Sie sehen ganz minutiös, ich habe da natürlich den louisestädtischen Kanal unter Denkmalschutz gestellt, sofort. Und wir haben gesagt, wir wollen jeden alten Stein erhalten und sauber restaurieren und wieder aufbauen. Ja, man kann es kaum erkennen, aber können Sie es ja denken, wer es ist. Und da haben wir den Sockel des indischen Brunnens, der war auch komplett da. Und dann habe ich den wunderbaren Bildhauer, die kannte man natürlich als Denkmalpfleger, Gerald Matzner, der unter anderem die Kofferpyramide da in der Olympia, im Olympischen Feld geschaffen hat und vieles andere. Ich habe gesagt, Herr Matzner, können Sie nicht den indischen Brunnen wieder neu schaffen, auch so wie Sie das denken? Ich sagte, ja natürlich, ist doch eine wunderbare Aufgabe. Bitte weiter. Und das hat er so gemacht. Und hier steht er noch nicht, aber Sie sehen, die Flächen stehen schon alle, die Wege. Bitte weiter. Und da ist er. Ja, von Gerald Matzner. Eine wunderbare Arbeit. Und das alte, historische, hier kleine Bassin, das soll natürlich auch an den untergegangenen, leneischen, luisenstädtischen Kanal erinnern. Bitte weiter. Und hier der immergrüne Garten, das sind Themengärten. Bitte weiter. Und da muss natürlich sehr aufgepasst werden und im Grunde hätte ich da pausenlos zu tun, weil natürlich die Gärtner auch gar nicht mehr das Konzept begreifen und es wächst und wächst alles. Ja, da muss natürlich sehr gepflegt werden. Wie sagt schon Lenné, nichts gedeiht ohne Pflege und selbst die vortrefflichsten Dinge verlieren durch unzweckmäßige Behandlung ihren Wert. Und teilweise habe ich das Gefühl, wenn ich das heute sehe, da ist inzwischen ein kleiner Wald entstanden. Ja, das war das Engelbecken im Zentrum. Hier haben wir schon gegraben, hier noch nicht. Wir mussten erst mal die Bürger davon überzeugen, dass sie dann ihren Spielplatz nicht mehr hatten. Bitte. Und Sie sehen, so sah das aus, kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. Bitte weiter. Und jetzt ist das Engelbecken und zum Glück haben wir ja in Berlin relativ hohe Wasserstände. Das flutet sich von alleine. Hier ist der wunderbar blühende Rosengarten. Bitte weiter. Ja, und dann haben wir sogar gemeinsam mit meiner Frau Lüscher und die hat dann auf einen Knopf gedrückt, was sonst ein Senator oder eine Staatssekretärin macht, als wir die zum ersten Mal die 16, ich sage, ich will die Fontänen wiedersehen. Und dann war eine sehr nette alte Kreuzbergerin, die sich da zu uns gesellte und das ganz toll fand und sagte, na hören Sie mal, das ist ja hier wie in Monte Carlo. Das fand ich ja nur ein nettes Kompliment. Bitte weiter. Ja, und ein, auch in der Lenné-Zeit, fast zeitgleich, ist zwar 1831, da steht auch schon die Friedrich-Werdersche Kirche, die Türme, die werden gerade hochgezogen und 1834 war die Kirche fertig und auch die Bauakademie und hier in diesem Zwickel gab es eben eine Freifläche, mit der sich schon Lenné auch beschäftigte. Allerdings, dieses Bild ist aus dem architektonischen Skizzenbuch von Karl Friedrich Schinkel, aber Sie sehen, Lenné hat schon kleinkronige Bäume gepflanzt und hier seinen Entwurf, große Bäume auch nur und dann hier niedrige und hier ist die Bauakademie und die Friedrich-Werdersche Kirche ist oben zu sehen. Also Lenné hat sich mit diesem relativ kleinen Platz auch schon befasst und aus dieser Befassung hat sich im Grunde eine jahrzehntelange Arbeit entwickelt, schließlich gipfelnd, indem dann auch nach dem Schinkel da aufgestellt wurde mit Beuth und Theer, die drei Skulpturen, die ja da heute stehen, bitte weiter, hier steht, hier kann man schon sehen, hier ist die Bauakademie, hier ist die Halbrunde Exedra und hier sind die drei Figuren, also Schinkel, Beuth und Theer. Bitte weiter. Ja, und so hat das im 19. Jahrhundert ausgesehen, Figuren standen dann schon, auch Schinkel, deswegen auch Schinkelplatz, bitte weiter. Und hier sieht man jetzt auch schon kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges auch die schöne römische Bank, die Exedra, man sieht Schinkel, Beuth, sein Freund und Theer, den Revolutionär der preußischen Landwirtschaft, den dreien, wie man sagt, Helden ohne Degen. Ja, die haben wirklich durch ihre Persönlichkeit eben die Architektur, die Landwirtschaft und auch die Industrie in Preußen entwickelt. Nachkriegsbild war natürlich vieles zerstört. Bitte weiter. Und die Bauakademie, die komplett stand, die hätte man ja wunderbar, völlig problemlos wiederherstellen können. Also es ist ein Jammer. Ja, das war es ja dann, das Außenministerium, ich zeige es hier nochmal, aber auch nicht zu lange, bitte. Und die drei Figuren, ich wusste auch, wo die waren und habe dann auch veranlasst, dass die sofort wieder an die alte Stelle kommen, denn ich wollte diesen Schinkelplatz wiederherstellen. Ja, bitte. Und dann waren einige Diskussionen, auch Frau Lüscher war eigentlich gar nicht dafür, ach, was wollen Sie da machen? Ich sage, das werden Sie schon sehen. So, und dann haben wir tatsächlich hier, 2007, 2008 ist die Einweihung dann passiert, exakt an den alten Standort tatsächlich die drei Denkmale und 2008 dann eben auch die Einweihung mit den alten Gittern, dahinter die schöne römische Bank und wir werden das auch auf der Rundfahrt uns ansehen, vor allen Dingen auch mit dieser wunderbaren pompeianischen Pflasterung. Das ist auch noch eine Reminiscenz an Karl Friedrich Schinkel, denn wir wissen ja, in Potsdam hat er ja an vielen Stellen solche Pflasterteppiche nach pompeianischem Vorbild anlegen lassen. Und wir hatten in Berlin keinen Handwerker mehr, der das konnte, das haben Türken gemacht. Die konnten das noch aus der Türkei. Ganz toll, dieses zauberhafte, schöne Teppichmuster, nicht? Und die hinreißende römische Bank. Und da sieht man eben auch, man muss nicht alles rekonstruieren, aber man muss doch mal ausschnitthaft sich überlegen, wo bewege ich mich in Berlin, wo es an wichtigen Stellen etwas zerstört. Und ich bin heilsfroh, dass ich das geschafft habe und ich hoffe, ich mache dem Bund Mut, dass die Bauakademie dahinter kommt, denn sonst macht das Ganze gar keinen Sinn eigentlich. Weiter. Ja, Sie sehen der schöne Blick auf meine Kirche, das ist die Friedrich-Werder-Sche, das ist meine Gemeinde. in der ich Kirchenältester bin, ich soll ja auch sonntags arbeiten, so ist es ja nicht. Bitte weiter. Nicht? Ein zauberhafter Platz und leider, das ist auch auf Frau Lüschers Boden diese scheußlichen 0815-Austausch-Punkte-Architektur. Und ich weiß, Herr Stuhlemmer beispielsweise, der ja vorne Bertelsmann unter den Linden Nummer 1 rekonstruiert hat, der hatte wunderbare Ideen für eine schöne Palais-Architektur. Nicht? Und das, aber die war nicht zu erreichen und dafür nicht zu gewinnen. und jetzt ist das eben gekommen, natürlich die teuersten Wohnungen in Berlin, sind alles Eigentumswohnungen, ich weiß nicht, was die da Millionen für eine Wohnung bezahlen und die freuen sich natürlich alle aus ihren hypermodernen Häusern, gucken die auf meinen schönen Schinkelplatz. Pariser Platz. Ich sagte ja 1791, zwei Jahre nach Errichtung des Brandenburger Tores durch Langhans, die erste Pflasterung und das hat sich dann auch das ganze 19. Jahrhundert, ist das so geblieben. Sie sehen hier nochmal 1875, da konnten natürlich die Kutschen herrlich fahren, konnten wenden oder parken, aber von Schmuckplatzcharakter gibt es hier nicht. Das lag auch ein wenig daran, dass auch dieser Pariser Platz Preußen gehörte und nicht der Stadt Berlin. Deswegen hatte der Kaiser da das letzte Sagen und der wollte da auch keine Veränderungen im Grunde. Aber dann schließlich kam es doch, 1878 etwa, denn doch hatte das der Pariser Platz, auch ging in das Fachvermögen der Stadt Berlin über und dann konnte man hier endlich auch, der Oberbürgermeister von Berlin, hier Hermann Mächtig, den eben schon von mir zitierten zweiten Stadtgartendirektor, beauftragen, lieber Mächtig machen Sie uns einen Entwurf für den Platz, wir wollen den als Schmuckplatz haben. Und 1880 war dann die Einweihung und Sie sehen spiegelbildlich angeordnet mit den Fontänen im Zentrum, den vertieften Boulain-Grins, wie wir sagen, vertiefte Rasenparteirs und den Schmuckpflanzungen und den hier Taxuskugeln. Bitte weiter. Das ist nochmal der Entwurf von Hermann Mächtig, ein ganz verdienstvoller und leider bis heute noch gar nicht genug gewürdigter Mann, der auch den Gendarmenmarkt beispielsweise gestaltet hat und manche anderen wichtigen Anlagen. Bitte weiter. Und das ist jetzt nach dem Ersten Weltkrieg eine etwas reduzierte Variante, aber die Boulain-Grins, wie Sie sehen, gibt es immer noch und auch hier niemals Bäume in die Mitte gepflanzt. Gartenkunst ist Raumkunst. Ich frage es nachher nochmal ab. Bitte. Und so hat es dann 1947 ausgesehen. Ja, bitte weiter. Und das ist jetzt eine Aufnahme kurz nach der 91, nach der Wiedervereinigung und die DDR hat hier so Betonhochbeete dann, weil denen diese schlichte Rasenflächen, war denen auch zu wenig, aber die waren auch nun völlig desolat. Die hätte ich dann auch aufwendig restaurieren müssen. Mir war völlig klar, das kommt gar nicht in Frage. Ich habe mich gleich mit dem Gartenamtsleiter von Mitte, ein freundlicher Kollege, der auch gelernt hatte zuzuhören und haben wir das so dann entwickelt, den Pariser Platz in der alten Form wiederherzustellen. Das sind noch bald diese scheußlichen Betonhochbeete aus der DDR-Zeit. Und dann habe ich mit gartenarchäologischen Grabungen begonnen. Und was haben wir gefunden? Zum Beispiel die Fundamente der Brunnen waren noch da und vieles andere. Und dann bin ich zu meinem Senator damals, ganz ohne konnte ich ja auch nicht arbeiten, Hassemann, ein kluger Mann. Und der sagte, hier war Herr von Kruzig, was wollen Sie den Platz wiederherstellen? Ja, spinnen Sie denn? Da wollen wir doch einen internationalen Wettbewerb machen. Das wusste ich genau, dass das kommt. Dieser Vorschlag, der war auch ganz auf dem Trend damals, das war sehr aktuell, man machte Wettbewerbe, so internationale. Und ich war aber vorher nach Brüssel gereist, weil ich wusste, es gab einen Fördertopf für Tourismus. Und den habe ich das Projekt, wir sehen es gleich noch, habe ich denen dann vorgestellt. Und das endete damit, dass die sagten, ja ein wunderbares am Pariser Platz, wenn Sie den wiederherstellen wollen, Sie kriegen 90% der Mittel. Und das habe ich dann dem Senator Hassemann gesagt, ich sage, ja, wenn Sie mal, wenn Sie was anderes wollen, dann machen Sie das, dann gebe ich 3 Millionen zurück nach Brüssel. D-Mark damals noch. Nein, nein, machen Sie, machen Sie. Sie machen ja sowieso, was Sie wollen. Und ja, hier diese wunderbaren, das fand ich auch immer in Potsdam so schön, die Brunnenkränze aus Bronze, die habe ich natürlich durch meine Bildhauer nacharbeiten lassen. Auch das Pflaster haben wir natürlich erhalten, dass es da überall noch gab, das Alte. Und sehen, wir haben sie wieder neu gemacht. Und das ist jetzt schon 93 nach der Wiederherstellung, die beiden Brunnen mit den vertieften Boulain-Grins. Und dann haben wir die ganzen Flächen auch, da haben natürlich noch andere Abteilungen unseres Hauses, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, wir haben da auch mitgearbeitet, das haben wir zusammen dann entschieden, wie dann die Wegeflächen, Straßenflächen zu entscheiden sind. Aber Sie sehen, es gab sogar noch komplett die Bäume aus der DDR. Und die mussten natürlich, wie ich ja immer gesagt habe, nee, Fällen tun wir nicht. Wir entnehmen die Behutsamen. Bitte. Und das störte da nicht. So. Ja, Sie sehen jetzt nach der Einweihung 93, und das hat sich, und vor allen Dingen hat es mir Professor Kleyhus gedankt, der sagte, Herr von Krosig, für meine Häuser, an denen er damals schon entwurfsmäßig saß, ist das ganz wichtig, dass der Platz in seiner alten Schönheit sozusagen wiederhergestellt worden ist. Ich habe auch bei Lauchhammer in der Traditionsgießerei, habe ich auch das gewaltige Tiergartengitter hier wieder gießen lassen, die schönen hier Brunnenkränze aus Bronze. Das ist doch ein, wenn man das sieht heute, ein, wie ich gelernt habe, in meinem Elternhaus, ein anständiges Bild. Und wenn es ganz gut war, sagte meine Mutter, uranständig. Könnte man hier vielleicht auch sagen. So. Jetzt Viktoria-Luise-Platz, wir müssen ja auch langsam an das Ende denken. Hier, die Berlinische Bodengesellschaft hat 1898 einen Wettbewerb ausgelobt für hier schon die reichen, Schöneberger Millionenbauern, die natürlich alle viel Geld machen, weil sie der Bodengesellschaft ihre Grundstücke verkauften. Aber man wollte klugerweise auch in der lennäischen Tradition einen Schmuckplatz haben. Und Sie sehen hier, der Schmuckplatz war auch im Sinne Lennés, der das nämlich oft so gemacht hat. Erst den Schmuckplatz und dann kamen die Investoren mit dem Geld, die sich dann daran freuten. Bitte. Ja, das ist jetzt 1903 und geschaffen hat oder entworfen Fritz Enkel, ein aus der königlichen Gärtnerlehranstalt in Potsdam ausgebildeter, sehr tüchtiger Mann, der leider dann 1904 etwa Berlin verlassen hat. Er wurde dann Gartendirektor in Köln und hat mit Adenauer nach dem Ersten Weltkrieg die Festungswelle begrünt mit wunderbaren Anlagen in Köln. Das geht auf diesen Fritz Enkel zurück. Und so als Bolzplatz habe ich das vorgefunden. Von Schmuckplatz geht eine Spur. Völlig zugewuchert. Das Wasser ging natürlich gar nicht mehr. Es war wirklich nur ein Bolzplatz. Bitte weiter. Man sieht es hier auch an den Flächen. Weiter. Ja, und das ist der Entwurf von Fritz Enkel, der eben auch das Thema war, Ruhe bei ihm. Er wollte nämlich einen ruhigen Innenplatz haben, gerahmt von Bäumen. Gartenkunst ist Raumkunst. Alles niedrig gehalten im Zentrum. Und von den sechs Straßen, die hier auf diesen Platz münden, im Zentrum die wunderbare große Fontäne, der Gedeau, wie die Franzosen sagen. Und das habe ich natürlich auch entsprechend so wiederhergestellt. Und jetzt hier die Maßnahme 1979. Weiter. Und statt, wir haben nicht mehr eine Bepflanzung um den Brunnen gemacht, weil ich sagte, das können wir nicht halten, denn die Berliner wollen ans Wasser. Ja. Weiter. Und so aus den ersten Jahren, es war doch ein zauberhafter Platz. Ja. Und ich habe es fertiggestellt und dann bin ich dann auch dahin gezogen. Erstaunlicherweise. Aber das wusste ich vorher nicht. So, bitte mal da. Und Sie sehen, das ist doch ein Juwel, ein gartenkünstlerisches Juwel, das eben auch funktioniert. Ich habe es heute noch gesehen, als ich hierher gegangen bin. Hunderte von Berlinern haben sich da beschäftigt. So, jetzt kommen wir hier noch kurz. Das ist das Erste, was wir dann sehen werden. Dann hier den schönen, den Johannaplatz, nach der Frau von Otto von Bismarck genannt, 1896 angelegt, nachdem die Villenkolonie Grunewald 1888 etwa gegründet worden ist, auch sehr gefördert durch den Reichskanzler Otto von Bismarck. Daher hat man diesen Platz, der aber, wie Sie unschwer erkennen können, noch ein Platz aus dem 19. Jahrhundert ja ist, in der Lenné-Meyerschen Schule, also ein landschaftlicher Platz. Bitte weiter. Und zwar ursprünglich sollte im Zentrum, wir werden das ja sehen, sollte hier eine Kirche errichtet werden. Dazu ist es aber nicht gekommen. Stattdessen hat man die Straße hier durchgelegt durchgelegt und rechts und links diesen landschaftsgärtnerisch gestalteten Platz angelegt. Das war noch einer der wenigen in Berlin, deswegen fahren wir da auch hin, ein landschaftsgärtnerisch, landschaftlich gestalteter Platz. Und dann hat es nicht mehr lange gedauert. 1912 wurde, bitte wurde Erwin Barth, der erste Stadtgartendirektor von Charlottenburg bis 1926. Und er hat unter anderem diesen wunderbaren, Sie sehen, von landschaftlicher Gartenkunst ist da nichts mehr. Da stehen keine Blutbuchen wie auf dem Johannaplatz und, und, und. Streng formal. Und mit wunderbaren Pflanzungen, die hier auch das ganze Jahr über fast blühen, Rotodendren, Rosen, Stauden. Erwin Barth hatte nämlich das Glück, dass er 1912 eine Reise mit der Deutschen Gartenbaugesellschaft gespendet bekam nach Paris, nach Frankreich. Und er hat dort barocke, formale Gärten studiert. Und das hat ihn sehr motiviert, bitte weiter auch solche Plätze in Berlin anzulegen. Das ist hier der Akazienhain mit Kinderspielplatz. Das war Erwin Barth immer sehr wichtig, auch Kinderspielplätze zu haben. Ja, und jetzt gehen wir zum Savignyplatz, sein letzter Platz, den er 1926, da war er schon fast im Aufbruch nach Groß-Berlin. Und er fand diesen Platz vor von 1896, ein kaiserzeitlicher Schmuckplatz, aber es ist an sich ein Blockplatz von 1862, von Hobrecht, von der Hobrecht'schen Planung. Frau Luther weiß das natürlich alles. Und dann ist dieser Blockplatz gestaltet worden. Bitte weiter, Sie sehen den Grundriss. Bitte weiter. Und dann hat aber Barth gesagt, nee, das funktioniert nicht. Ich will einen formalen, einen reformorientierten Platz haben, auch mit einer großen Staudenrabatte rundherum und einem Kinderspielplatz. Genauso wie er es am Karolinger Platz gemacht hat. Und so ist das dann auch 1927 ausgeführt worden. Sie sehen hier schon, ja, 25, 26 begann das. Vor allen Dingen mit den hinreißenden Triageen rundherum weiter. Und hier von dem Professor Kraus, ein Bildhauer, diese ganz entzückenden beiden Plastiken mit den Jungen, die die Ziegen ziehen. Das wurde dann 1931 erst aufgestellt, im Zentrum ein Vogelbecken. Also auch immer diese Schmuckplätze städtebaulich eingepasst, aber auch künstlerisch. Und eine Skulptur war verloren. Und so sah es aus nach dem Krieg. Und die habe ich dann nachgießen lassen. Bitte weiter. So war das eben. Ja, Bolzplatz und 2% Kunst am Bau. Oh, da ist irgendwie von René Sintenis irgendeine Ente oder was hoppelte da auf dem Platz. Und hier war es nicht. Man verstand das gar nicht. Bitte weiter. Und dann habe ich aber den Leiter des Hochbeamtes in Charlottenburg und auch den Leiter des Gartenbauamtes doch überzeugen können, lasst uns doch diesen wunderbaren Savignyplatz in der alten Form mit Trayagen wiederherstellen. Und Sie sehen das schöne Schmuckpflaster. Bitte weiter. Die nachgegossene Figur. Bitte weiter. Und so überzeugt das dann im Sommermonat. Am allerschönsten ist es, wenn hier im Juni der Rittersporn blüht. Nicht? Das ist ein Traum. Im Grunde ein englischer Landhausgarten mitten in der Großstadt. Und so hat sich das Erwin Barth auch vorgestellt. Weiter. Bitte schön. Ja, der Briggsplatz werden wir uns auch ansehen. Ich will das jetzt gar nicht mehr groß. Das war eine Kiesgrube mit 14 Meter Tiefe. Und da hat Erwin Barth mal jetzt nicht formal gestaltet, sondern einen Naturpark quasi angelegt. Sie sehen hier während der Baumaßnahmen. Das ist eine interessante Anlage. Die werden wir uns ansehen. Landschaftsausschnitte aus Brandenburg hat er mitten in die Stadt geholt. Auch sehr mutig angelegt, 1920, 1921. Auch mit einer Wasserfläche, einer Heidelandschaft, eine Waldlandschaft und auch einen Schulgarten. Ihm war das sehr wichtig, dass die Kinder auch bitte. Ja, das ist der Schulgarten. Und hier ein Wasserfall mit Rüdersdorfer Kalkstein hochgezogen. Bitte weiter. Ja, und da kommen wir auch langsam. Ich habe sie jetzt ja auch sehr strapaziert. Ja, und das Wichtigste ist natürlich auch dieser wunderbare Satz von Lenné. Also das Schöne mit dem Nützlichen sozusagen. Die Devise des Desauberlitzer Gartenreiches von Lenné abgewandelt. Und ich setze immer noch einen Satz drauf, weil mir das ganz wichtig ist, was ich in Berlin geschaffen habe, was ja dann vorbildhaft für ganz Deutschland auch gemacht wurde. Viele der Kollegen, die die Gartendenkmalpflege in Niedersachsen, Hamburg oder so leiten, waren ja alle Volontäre bei mir. und ein schöner Satz, der mir auch ganz wichtig ist, die Wirkung und die Macht des Beispiels. Und damit möchte ich eigentlich schließen. Herzlichen Dank, dass Sie mir so freundlich gefolgt sind. Vielen Dank. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020